Was heißt das? Wir drehen verboten. Ich muss meine Sache noch holen aus mit dem Verroben. Oh, ihr zwei Vögel. Ah, Regina, George, die beiden haben heute Party, Pizza-Party. Haben wieder Taschengeld gekriegt und wollen auch nicht mitfahren. Nein, keine Chance. Ich denke jetzt nicht, ich bin unterwegs. Ich darf nicht mehr. Oh, das Stativ. Ha, 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 ha. Wer ist denn ausgesoffen von euch beiden? Na? Du? Du? 100 Prozent, Alter. 100 Prozent, vergesse ich mich nicht. Alles zusammenpacken, die Tasche mit den Akkus für die kleine GoPro hier, schön an der Türe hinstellen und zu Hause stehen lassen. Hört er nicht. Alter Verwalter. Also die Sonne kalt so in die Augen rein. Alter, ich hab meine Sonnenbrille vergessen. Am Wegesrand ein Lost Placeline stand. Eieieieiei. Ja. Da stand jemand mit Lebensgefahr, Tralala und Hubsasa. Und dann Tre Hejt. Ich k всех layers! Bis dahin health schon bald. Das ist so gut. Ah, das ist kein Moneyline. Ah, die Schlümpfe. Von innen haben sie es fest gewohnt. Ah, die Knau. Her zur Ola, immer wieder. Das war's. Geht auf! Alter, gehts noch! Alter, gehts noch! Alter, gehts noch! Alter, gehts noch! Häschen? Kerzchen und Häschen sind immer dabei! Bouncing Bunnies! Das war eine Häschenschule! Da vorne noch mal einen Blick hinwerfen. Hinwerfen? Ich wirft einen Blick hin. Tja! ... ... ... ... ... Schauen wir uns mal an, was das ist. Ich weiß, ich habe die Steinkinie aufgehoben. So, ich denke mal, das war es. Ich werde dann mal langsam mal sicher wieder zum Auto zurück. Der Räuner musste jetzt auch meine Kamera umschreiben. Ich habe mir eine kleine GoPro gerade umgefallen mit dem blöden Stativ und Klatsch. Da war der Stecker drin von dem Powerpack. Da ist doch wie eine Gazelle, eine Ruhrpott-Gazelle. Da. Da. Die haben mich mehr erschrocken als ich, glaube ich. Die haben mich mehr erschrocken als ich die, glaube ich. Häusle, Häusle. Wie man in den Häuschen sieht, sieht aber gleich aus. Die ersten Spacken waren ja dann schon hier unterwegs. Wie man in den Häuschen sieht. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. Ah! was stand da? so kreik kreik gute vier stunden jetzt ich bin froh dass ich das ding jetzt hier gefunden habe bis auf die hier vorne die ersten häuschen nichts kaputt und alles wenn man hier wo reingekommen ist auch schon eine coole sache auf jeden fall immer gespannt was draus wird jetzt hier so in einiger zeit mal aussehen wird auf jeden fall wieder vorbei kommen aber jetzt aber erstmal ab nach hause gucken wird george und georgina machen wir machen bestimmt schon pizza party hoffe ich krieg auch noch was sehr witzig ja ich kann mich trotzdem habe ich richtig geil verfahren ja muss ich einfach machen das ist doch eine scheiße wir müssen auch ein bisschen ab und zu bremsen ab und zu ab und zu ab und zu hallo läuft tschüss danke auch so tja da steht die tasche mit den akkus jetzt erstmal gucken wir mal zwei flügel hier machen ja george georgina alles klar bei euch oh krönchen ja ja alles gut hier und wie haben wir wir sehen uns wir sehen uns nicht weil wir sehen uns wenn wir sehen uns die ein wir sehen uns Bis zum nächsten Mal.